Hallo, hier ist Dave Lujek. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Schaut doch mal in die Schatzkammer hinein, denn da geht es auch um mich und unseren Filmverband und was ich so als Regisseur mache und auch Filmfestivals. Es ist eine wahnsinnig gute Sendung, die ihr unbedingt gesehen haben müsst.